Wenn Unrecht herrscht, wird er kämpfen. Wenn das Böse droht, wird er aufräumen. Das ist unser neuer Superagent! Hey! Wir sind verständlich. War die falsche Frau? Streng geheime Informationen zerstören sich in 10 Sekunden selbst, wenn sie gelesen werden. Das ist ein Klappmesse. Klappt nicht mit der Klappmesse. Oh, ist aber hübsch. Ja, das ist ein Beschneidungsmesse. Oder der Klassiker. Die Acker sind fetzig. Oh, das steht ihnen aber sehr gut. Das passt sehr gut zu ihrem Tenguin, wenn ich dies mal so sagen darf. Kaya Yanaen Agent Ranjit Rettet die Welt. Ist das wirklich Superagent? Der Beste! Der Beste! Kacke! Wir sind im Arsch! Ab Herbst im Kino